Grüße und herzlich willkommen zurück zu Miss Survival. So, ich hab uns schon mal die Nacht weggeschlafen, ne? Äh, damit wir das jetzt nicht, äh, nochmal machen müssen. So. So, Freunde. Ähm, was wollte ich sagen? Ich hab keine Ahnung, wo wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Ich glaub, wir waren da drüben, ne? Ich glaub, da drüben in dem Haus waren wir drinnen. Hatten das so ein... ...da Licht wäre. Ja. Stimmt. Ist das nicht so, dass nachts jetzt hier irgendwelche Leute kommen? Hohn! Hötchen! Stimmt, das war ja so, dass nachts jetzt auch irgendwelche, ne? Kommen die auch hier hoch? Ich hab keine Ahnung. So, lass uns mal schnell Wasser holen. Äh, wie sieht's aus? Äh, Interact. Wasser haben wir drinnen. Take. So, wie viel kriegen wir jetzt raus? Nö, guck mal. Da macht aber voll... Macht doch nicht. Okay, das war's schon. Super. So, drink until enough. Ich hab keine Ahnung. Ich glaub, jetzt trinkt er so viel, wie wir jetzt brauchen, ne? So. Richtig. Wir müssen kurz mal gucken. Äh, ja, Hunger hat er noch ein bisschen. Okay, gut, dann haben wir das. So, jetzt lass mal. Interact, wie sieht's aus? 90. Okay, dauert noch ein bisschen. So, was haben wir denn eigentlich alles für Waffen? Äh, kann man sich die Leiste unten nicht irgendwie anzeigen lassen? Wir haben das Messer, wir haben das, wir haben das. Okay. Dann sind wir schon mal mit der Waffe gar nicht so verkehrt. So, lass mal runtergucken. Weil ich weiß nämlich nicht, ob die hier hochkommen können. Da hab ich echt keinen Plan. Egal. So. Schauen wir mal. Äh, kurz ein Wort zu, äh, der Folge jetzt. Ähm, wir werden mal gucken, ob wir uns vielleicht die, äh, Schmiede aufbauen. Und allgemein schon mal so ein bisschen hier gucken, wie wir das jetzt hier so hinkriegen. Ist der jetzt weg? Ist die weg? Und die sind da. Ah, kann man die looten, wenn die jetzt so sterben, ohne dass wir so, Blut, ist nix drin. Blut, ist auch nix drin. Okay. Also ich glaub, hier müsste man, alter, was sind denn das für Welche? Hä? Was sind das für Welche? Ist ja krass. Äh, man hört ein Wort zu euren Kommentaren. Äh, mittlerweile sind ja einige Kommentare auch dazu, äh, reingeflossen. Das sieht ja auch komisch aus hier, ne? Ja, sehr nice. Ähm. Ähm, ja, es ist richtig. Ich hab das Spiel, äh, damals gespielt, wo es rausgekommen ist. Also schon sehr lange her. Ja, da hab ich das damals mal gespielt gehabt. Und ich war so begeistert davon. Anschließend hab ich's dann meistens nur noch bei meiner Frau, bei der Selina Survival, äh, zugesehen. Und. Wir müssen auf den, äh, Dings aufpassen. Auf den, äh, Nebel. Äh, und danach, also wie gesagt, ich hab's persönlich selber nicht gespielt. Mit der Musik, habt ihr mir gesagt, ist jetzt schon, äh, länger so, dass keine Musik mehr kommt, wenn Nebel ist. Allgemein, Musik scheint ja gar nicht drin zu sein. Ich denke mal, da gibt's lizenztechnische Probleme auch. Keine Ahnung. Äh, äh, er versucht ja jetzt alles, ne? Ne? Das muss man jetzt halt mal sagen. Also irgendwie haben wir die Vermutung, warum er die Karte und alles umbaut, äh, dass halt, äh, irgendwas mit der Lizenz da nicht hinhaut, ne? Dass da lizenztechnisch er vielleicht Probleme gekriegt hat, wo man gesagt hat, äh, hier, du, was öffnest, ich hab mir das jetzt komplett gekauft, die ganzen Lizenzen. Es gehört alles mir, ne? Wenn du das so, und da denke ich mir mal, hat er dann gesagt, nö, ist nicht, ich baue da lieber mein komplettes Spiel um. Ist jetzt so Vermutung, ist jetzt keine feste, äh, Dingens. Warte mal, mach mal zusätzlich mal rein. Äh, kein, kein fester Beweis jetzt dafür, dass es wirklich so ist, ne? Gut, gut, raus. Und, ja, das dazu, denn, äh, mit den Rucksäcken, ja, hab recht, aber mittlerweile hab ich auch ein paar gefunden. Einfach mal die Augen aufhalten. Ist jemand hier drin? Hallo! Nö, aber Loot ist jetzt auch nicht nochmal dazugekommen, ne? Ja, gut, wo war der erst gestern hier drin, ne? Ähm, für mich ist es jetzt eine neue Aufnahme, davon abgesehen. Äh, aber trotzdem, ich hab jetzt ein paar Tage wieder nicht gemacht, ne? Weil ich hab guten Vorlauf, und ich brauch diesen Vorlauf halt ein bisschen. Habt da bitte Verständnis für, dass ich nicht immer gleich, äh, in der nächsten Folge auf eure Kommentare antworte, ne? Weil das schaffe ich zeitlich sonst nicht. Weil ich möchte halt gerne schon die zwei LPs, die grad bei mir laufen, das ist einmal Seven Days to Die, der Alpha 20, und jetzt neu Miss Survival in der Beta 0.5.0.3, glaube. Müsste das mittlerweile sein. Ähm, plopp, plopp. Da haben die Reifen aufgeploppt. Ja, wie gesagt, äh, öfters mal richtig genauer hingucken. Hast du recht? Das ist halt so eine Sache, ähm, ja, weiß nicht. So, okay, pass auf. Bevor wir jetzt hier irgendwie sinnlos in irgendwelchen Schmamm verfallen, lass das mal liegen. Ich möchte gerne die Schmiede unten drunter haben. So hatte ich mir das vorgestellt. Jetzt müssen wir mal gucken, wo haben wir die denn? Hier wahrscheinlich mit der Beine. Ich möchte gern die große haben. Ah, okay, wird nichts. Ähm. Guck mal. So. Können wir die hier so hingestellt? Warte mal, wir gucken mal. Und, sieht das gut aus? Ja, damit kann ich leben, oder? Wir haben unseren Weg, können wir uns direkt vorbei. So, was brauchen wir denn? Wir brauchen 20 Bretter, 20 Steine. 20 von denen eine Säge und einen Hammer. Haben wir das eigentlich mit? Säge, Hammer haben wir nicht. Müssen wir uns mal holen. Ich weiß gar nicht, was hatten wir hier in dem Auto noch drin? Säge, Hammer haben wir nicht. Säge, Hammer. Hammer haben wir hier. Jetzt brauchen wir noch eine Säge. Okay, dann müssen wir hoch. Und dann brauchen wir 20 Steine, 20 Bretter, 30 Bretter, je nachdem. Ähm. Weil ich möchte nämlich Richtung, äh, Werkbank 2. Aus dem Grund, dass wir uns den Bogen endlich herstellen können, weißt du? So, lass mal gucken. Hier müssen wir jetzt eine Säge drin haben. Sehr schön. Da hätten wir noch einen Hammer. Okay, erstmal uninteressant. Hier haben wir dann noch eine andere Shotgun. Super. So, Materialien technisch müssen wir jetzt mal gucken. Äh, sieht nicht so aus. Mit der Angel gucken wir auch gleich. Wann, wir waren vier Steine drin. Nimm die mal mit. Vier Steine. So, hier braucht man 20 von. Achte, 16. Ja, okay, das reicht. So, hier Nägel. Die müssen wir uns noch herstellen. Haben wir irgendwo noch Steine. Steine, 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 Steine. Nö. Warte mal. Habe ich die Mitte vergessen. Hier Bretter. Brett. Brett. Ich würde sagen, das verbauen wir das erste Mal. Da guck mal. Der Hoffnung, dass jetzt hier nichts irgendwie kommt. Und ich weiß gar nicht, ob das jetzt mittlerweile so ist, dass die hier hochlaufen können, weißt du? Da müssen wir halt mal schauen. So, da kannst du nämlich unten rum und zack. So, das dauert jetzt natürlich lange. Jetzt müssen wir aufpassen. Zweckste Nebel. Ich weiß nicht, wie bricht denn der das ab? Irgendwie hat er abgebrochen. Okay, 16 Steine, 8 Bretter. Haben wir nicht nur irgendwie? Okay, nee, das hat er alles gemacht. Oh Gott, 16 Steine. Leute, wir müssen Steine sammeln. Wir gucken doch mal in den Autos, ob wir Steine und Nägel irgendwo drin haben. So, hier hätten wir noch einen Stein. Da waren es nur noch 15. Nägel haben wir jetzt hier nicht. Und Bretter müssen wir auch selber herstellen, ne? Bretter sind ja kein Thema. Okay. Äh, Nägel. Nägel machen wir jetzt mal ein paar. Äh, die Bretter machen wir fertig. Und... Warte, was war es noch? Äh, ich weiß jetzt gar nicht, nicht mal rüber. So, wir sind auf Werkbank. Erstmal Nägel. Erst einmal Nägel. Okay, 16. Reicht einmal. Create yourself. Wir haben ja noch keinen, ne? Müssen wir auch dann langsam mal los, ne? Ist mir auch schon eingefallen. So, dann kann das nämlich hier wieder rein. Schön einsortieren. So, die Nägel wollten wir behalten. Bretter brauchen wir noch. Da brauchen wir Holz. Warte, das hat man hier in der Mitte, glaube ich. Ja. Nehmen wir zwei Stück raus. So, jetzt müssen wir ins Inventar. Müssen hier, genau. So, dann machst du gleich mal zwei Stück. Da haben wir achtet. Das reicht gar nicht, ne? Brauchen wir noch mehr. Mama Mia. Oh, Nägel kommt. Jetzt kommt der Nägel. Jetzt kommt der Nägel. Wie sieht's aus? Wir haben Hunger und Durst. Ähm, Inventar. Trinken. Until enough. Richten wir uns erst mal her, oder? Essen. Pass auf. Essenstechnisch muss man auch mal gucken, dass man, äh... Hier, Dingens. Habe ich das alles jetzt hier drinnen? Ne, siehst du, wir brauchen nämlich hier, äh... Starter, Tinder und Fuel. Starter, Tinder, Fuel. Starter, Tinder, Fuel. Okay, wo habe ich denn das alles drinnen? Äh, hier nicht. Äh, äh, wo hatte ich denn das alles drinnen? Hier haben wir Tinten. Hier haben wir es doch. Starter und Fuel müssen wir dann... Ja, okay. Kommen wir nicht drumherum. Äh, wir müssen auf jeden Fall Bären jagen, damit wir mal Essen kriegen. Tinder, Starter und jetzt wollen wir nur noch Fuel. Das heißt, ein bisschen Brennholz. Haben wir irgendwo noch Brennholz rumgegen? Hier, gucken wir mal. Drei Stück. Sehr schön. Beziehungsweise Feuerholz ist ja das, ne? Feuerholz, okay, prima. So. Das heißt, wir könnten, wenn wir jetzt hier oben, ne? Könnten wir uns hier auf den Grillstand... Geht das, wenn ich beides klicke? Ja. Okay, auf den Grillstand das Fleisch nehme ich dann. Da müssen wir mal gucken. Ich habe aber absolut keinen Plan. Wollen wir das vielleicht wegschlafen? Wie sieht es denn essenstechnisch aus? Wir müssen was essen, Leute. Weil so viel haben wir ja nicht mehr, ne? Wenn du hier siehst. So langsam gehen uns die Dosen nämlich aus. Könnte man eigentlich noch mal eine Loot-Tour machen, eventuell? Dann vielleicht mal gucken, ne? So, wie sieht es aus? Hunger hat er voll. Sehr schön. Okay. Ja, wie gesagt, wir müssen dann gucken, dass wir, äh... Ne? So, nee, weißt du was? Wir schlafen das nicht weg. Wir machen einfach jetzt uns hier noch ein bisschen Holz. So, siehst du? Und schon ist nehm ich doch den Hebel weg. Und wir haben das hier schafft, was wir schaffen wollten. Boah, der Lust geht auch mal auf. Wir haben doch Glück, ja. Wir müssen Steine sammeln übrigens. Damit wir das Ding dann auch wirklich fertig kriegen. So. Jetzt kannst du das hier mal noch aufbauen. So, Bretter haben wir fertig. Ich glaub, Nägel fehlen uns immer noch ein paar. Ja, sechs Nägel. Okay, dann müssen wir noch Nägel. Jetzt brauchen wir noch 15 Steine. Na, holla die Waldfee. Jetzt müssen wir noch Steine sammeln. So, hier liegt ein Stein. Ich sähe einen. Ja, gut, ich will von dir nichts. Ich will nur Steine sammeln. Könntest du glauben. Oh, den hätte ich jetzt erlegen können. So, hier haben wir noch ein Steinchen. Ah, hier liegen da etliche rum. Zweier. Dreier. Vierier. Oh, hier ploppt eben das auf. Eine Feder, sehr nice. Federn sind auch wichtig. Holz will ich jetzt nicht. Nur noch Brunch. Und jetzt so ein Blätter. Jetzt ist noch ein Stein. Normalerweise macht man jetzt so, dass man hier die Foliage runterstellt. Ne, damit du alles siehst. Aber, ja. Weißt du wie? Ich bin da eher jetzt... Sonst hätte ich das jetzt immer gemacht, ja. Aber jetzt im Moment bin ich eher so... Ne, will ich nicht machen. Weil ich finde das schöner, wenn man ein bisschen hingucken muss. Auch wenn es einem mit der Zeit auf den Augen geht. Aber ich müsste meine Brille aufsetzen. Dann sehe ich es vielleicht auch besser. So, da ist die City. Wassertechnisch haben wir erstmal durchlaufen. Sollte uns erstmal ein paar Tage bringen. Sobald wir da Bedarf haben, holen wir. Das ist ja nicht schlimm. Ne? Ne, wie gesagt, ich will ja hier unten den kompletten Zaun drumherum ziehen. Mit ein paar Wachtürmen noch. Ringsrum, ja. Ja, und dann innen drin so ein bisschen aufbauen. Dann will ich noch das ein oder andere Häuschen hinbauen. So ist halt der Plan bei Miss Survival. Weil ich weiß jetzt nicht, äh, spieletechnisch. Wir werden auf jeden Fall die Banditencamps machen. Aber ich will erst den Bogen haben. Deswegen brauchen wir die Schmiede. Guck mal hier, licht einer. Na, jung? Alles fit? Ne? Hier licht auch noch einer. Aber die haben leider kein Loot. Loot kriegen die nur, wenn du sie selber sowieso tötest, weißt du? Nur dann kriegen die Loot. Was haben wir hier? Hardstick brauchen wir auch nicht. Ich weiß nicht. Ich will die Munition sparen. Solange wir jetzt keinen Bogen haben, ist das halt... Hier licht auch noch einer. Ne, die haben absolut kein Loot dabei. Ist ja nicht schlimm. Das ist ja nicht schlimm. Leute, das kann doch wohl nicht wahr sein. Was haben wir hier? Sticks. Fehlt. Wir bräuchten Federn. Ne. Mit dem Bogen wäre das alles ein bisschen einfacher, ne? So, wir Steine sammeln, dass wir die Schmiede fertig kriegen. Das wäre wichtig. Was haben wir hier? Sticks. Weiß was, sammle ich die mal mit? Weil wir haben einen Bogen, da brauchen wir auch Pfeile. Richtig? Richtig. So, da vorne sind noch ein paar Steine. Sehr schön. Soll ich drei Stücke auf den Haufen? Ne, zwei wahrscheinlich nur. So. Zack. Zack. Wie viele haben wir jetzt? Achte, viere, sind zwölf noch drei Steine brauchen wir. Nur noch drei Steine. So, hier haben wir eins. Ne, 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 ne. Wir laufen einen Haufen Hühner rum, ey. Eins. Wir brauchen noch zwei Steine. Irgendwann, irgendwann krieg ich ihn, du. Irgendwann krieg ich ihn, Mann. Was haben wir hier lief? Das ist so platt. Mal ein Ast. Komm schon, kann doch wohl nicht wahr sein hier. Los, Steinchen, Steinchen, Stein. Hier liegt einer, direkt bei der Base. Sehr schön. Da war es nur noch einer. Ein Stein, ein Stein. Gib mir doch noch ein Stein. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es auf der alten Map, dass man da schneller an die Sachen gekommen ist, ne? Wie Steine und so. So, jetzt müssen wir eigentlich, warte, wir gucken mal. Was sehen wir? Ja. Okay, Steine haben wir fertig. Oh, schön, dann haben wir unsere Schmiede fertig, oder? Wer sagt es denn? So. Ein paar Nägel fehlen uns noch, ich weiß. So, jetzt sage ich mal her, 43 Minuten. Jetzt kannst du mal die Steine reinklatschen. Sechs Nägel brauchen wir noch. So. So, dann gehen wir hoch, machen die Nägel. Aber erst schmeißen wir die Sticks mal hier rein. Äh, hier. Die Bretter kannst du hier auch reinschmeißen. Die Federn kannst du hier reinschmeißen. Das mache ich einfach, damit wir das hier unten schon mal haben, ne? Weil jedes Mal, siehst du ja hier hochzulaufen, äh, für die Werkbank, ja, mache ich gerne. Aber, um jetzt die Bauresourcen immer ständig rauszuholen, naja, ich weiß ja nicht, ne? So, Workbench, wir brauchen noch einmal Nägel. Ja, mach mal. Sehr schön. So, jetzt haben wir die Nägel fertig. Perfekt. Das ganze Metall schmeiß ich erstmal jetzt hier rein. Äh, weil, ich weiß nicht, wir müssen ja mal gucken. Wir brauchen zwei Zahnräder. Das ist das Wichtigste, weißt du? Aber, die Zahnräder sind halt das Wichtigste. Deswegen mache ich die Schmiede. Und vielleicht dann auch schon die besseren, äh, Dingens. So, noch ein paar Sekunden. Dadam! Wir haben die Schmiede fertig. Sehr nice. Guck sie dir an. Die Schmiede. Ist das nicht geil? Schmiede. Kann ich die Waffe mal wegpacken? Ne, 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 mal komplett alles weg. Sehr schön. Ich will nämlich jetzt mal was ausprobieren. So, Schmiede. So, und jetzt auf F12. Pass auf. Siehst du, jetzt habe ich ein Screenshot gemacht. Und das könnte ich vielleicht als Tumpe nennen. Weiß ich noch nicht. Muss ich gucken, ne? So, wir brauchen vier... Acht. Acht von diesen Metallbaden brauchen wir. Oh ja, Metal Scraps gibt es da aus. Zink und Iron. Wir brauchen Low-Quality Metal-Ding jetzt. Okay. Macheten können wir jetzt herstellen. Die Axt. Wir können jetzt alles selber herstellen. Die Pick-Axt. Hammer. Vorschlaghammer. Die Schippe. Sehr wichtig. Und Munition. Beziehungsweise die Hülsen, ne? So, dann könnten wir das Ding herstellen. Motor und Pessel. Zink, Iron, Copper. So, jetzt brauchen wir Low-Quality. Das heißt, wir brauchen jetzt Metallschrott. Den Metallschrott brauchen wir. Ja, okay. So. Die Nägel wollte ich rüber. Den Hammer, das rüber. Den Sack rüber. Den Eimer rüber. So, die Flasche nehmen wir mit. Den Kanister, der können wir erstmal rüber. Damit wir hier ein bisschen Platz haben. Und dann ziehen wir nämlich los. Und holen uns Sachen. Es ist halt die Frage. Das ist dieses Segelwerk. Was auch eigentlich relativ leer ist. Schade eigentlich. Aber ey. Es kommt. Also er macht. Das kann ich euch sagen. Er ist dran. Er macht immer mehr. Und weiter. Und ja. So. Was ich jetzt noch gucken wollte ist. Warte mal. Die Frau. Also die Sally meinte zu mir mit der Angel. Vielleicht können wir angeln. Muss ich mal gucken. Gibt es einen Reiter, wo du das Ganze reinpacken musst. Damit du angeln kannst. Da gucken wir jetzt mal. Hier. Skills. Regulär. Okay. Kann ich die da rüber? Ne. Gears. Das ist das. Da fehlt uns noch der Kompass. Equipment. Ne. Geht auch nicht. Eine Jacke könnten wir noch vertragen. Eine Schutzweste. Und den Queer. Da sind wir dran. Status. Harvest. Modifizieren. Okay. Ne. Geht nicht. Anscheinend. Ich weiß es nicht. Ich weiß nämlich nicht. Wo ich das reinpacke. Weißt du. Es muss ja hier irgendwo gehen. Status. Equip. Equip ist es aber nicht. Oder kann ich das? Ne. Gear. Gear ist es auch nicht. Leiter. Kompass. Flashlight. To-Click-Action-Item. Ne. 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 Das wollen wir nicht. Okay. Geht auch nicht. Passive. Ne. Geht auch nicht. Skills ist klar. Quests ist klar. Pet ist klar. Ne. Geht nicht. Modifizieren. Damage-Part. Grip-Part. Oh. Nicht die Angel wegschmeißen. Okay. Wo geht das? Hat einer eine Ahnung wie das geht? Das wäre echt nice das mal herauszufinden wo man das am besten rein macht. Ich hätte ja unter Gears gedacht. Aber ne ist es nicht. K-Items. Das sind wahrscheinlich In-Games und Items die du später kriegst für die Quest-Reihe. Die ja kommen soll. Äh. Ja. Keine Ahnung was das hier ist. Quests. Pet. Quip. Ne. 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 Ich habe keine Ahnung. Ähm. Irgendwie was mit F-Tasten. Ne. Okay. Weißt du was? Dann packen wir es rein. Ich warte auf eure Kommentare. So wie sieht es aus? Durst hat der schon wieder Durst. Alter. Was soll ich es denn tun? Du sollst ja mehr wieder hebst. So. Die Flasche ist leer. Durst haben wir jetzt nicht. Dann müssen wir uns wieder ein bisschen Wasser holen. So. Wasserflasche. Das ist halt cool. Du hast hier einfach so unglaublich viel. Das ist echt nice. So. Wie sieht es aus mit Essen? Naja. Ich weiß nicht. Da müssen wir mal gucken, dass wir vielleicht Glück haben, was finden. Äh. Ich würde jetzt... Wollen wir mit dem Auto fahren? Äh. Komm. Wir fahren mit dem Auto. Äh. Wie leer bist du denn? Gar nicht leer. Ja. Weißt du was, Maju? Dann schmeißen wir das nebenher hier rein. So. Zack, 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 zack. Den Filter nehme ich jetzt doch mit. Bleistift brauchen wir nicht. Äh. Bleistift weiß nicht. Ich finde es halt schade, dass das nicht dauerhaft, weißt du? Dass wir uns nicht dauerhaft irgendwie... Warte mal. Weißt du was? Ein bisschen was können wir ja am Auto lassen. Wie zum Beispiel das. Was ist das? Ne? Ammer, Säge brauchen wir jetzt nicht. Aber Eimer und sowas können wir ja ruhig mitnehmen. So. Dann würde ich sagen, Ziehmer nehme ich jetzt schon los. Ja. Ähm. Wir sind hier und... Wo war die Stadt? Wir haben leider keinen Kompass. Reicht das, wenn ich jetzt hier drüber fahre? Ja. Okay. Alles klar. Wir fahren jetzt einfach hier mit dem Auto raus. Und dann gucken wir mal. Ich hoffe, dass wir da hinkommen, wie ich möchte. So. Wie spät haben wir denn das? Es ist 17.31 Uhr. Wir fahren mitten im Dunkeln los. Ey, ne. Dann machen wir es ins Hell. Wir fahren im Hellen los. Da richten wir uns morgen nochmal her mit einer Dose Essen. Weil wir brauchen Metal Scraps, um dieses Low Quality rauszukriegen. Weißt du? Da müssen wir echt jetzt mal ansetzen, dass wir uns da echt viel herstellen. Wir nehmen schon mal... Wir bereiten schon mal ein bisschen vor. Ich weiß nicht, ob ich die auch einschmelzen kann. Das werden wir sehen. Äh. Was wollte ich jetzt noch machen? Ja, was wollte ich noch machen hier oben. Deswegen bin ich jetzt hochgelaufen. Ne, wir wollten einschmelzen. Das war alles. Richtig? Richtig. So, die Dose kannst du schon mal am Mann nehmen. Die wirst du brauchen. Eine Ersatztrinkflasche packen wir noch ins Auto. Genau. Perfekt. Ne? Immer wenn wir unterwegs sind. Damit wir eine volle Flasche haben. Ja, das Wasser, das reicht eine Weile. Das ist gut. Das gefällt mir. So, jetzt nochmal runter. Wie weit bist du jetzt hier durch, wenn ich den ganzen Tag... 90%. Raw. Ja. Ich hab keine Ahnung. Ehrlich. Das dauert aber auch ewig, dass es durchläuft, oder? So, zeig mal her. Muss man da eigentlich Brennstoff jetzt mittlerweile reinpacken, oder? Zwei Stück. Drei Stück. So, ne, warum nicht? Okay, das ist schon mal positiv. So, dann kann das schon mal durchlaufen. Dann haben wir schon mal ein paar von den Sachen. Hier packen wir uns jetzt noch das rein. Die Dose lassen wir am Mann, weil die essen wir dann. Ja, nahrungstechnisch. Mal gucken. Vielleicht haben wir Glück und können vielleicht doch einen Bären erlegen, oder so. Ich weiß ja nicht, wie viel die aushalten, weißt du? So, was wir jetzt aber erst mal machen, ist, hier oben stehen. Diesen da. Und Save Game. So, das ist wichtig, dass wir das abspeichern. So, hatten wir... Wir hatten doch hier hinten diesen... Genau, hier können wir ja dann Fleisch abhängen und so. So, jetzt lass mal kurz reingucken. Hier, abhängen. Wir können nämlich auch Fische. Weißt du, ich wollte nämlich so gerne mal angeln. Salz brauchen wir. Wir brauchen eine Menge Salz. So, abgehangenen Fisch ist doch echt schon echt geil. Kann man die aber auch braten? Müsst du doch auch gehen, ne? Anbauen müssen wir noch. Wir müssen so viel noch machen. Von daher, also ihr könnt gespannt sein, dass wir auf jeden Fall noch ein paar schöne Runden machen. Aber wie gesagt, erstmal ist jetzt wichtig, dass wir diese Zahnräder kriegen. Ja. Damit wir die Werkbank... Was auf, ich zeige dir das nochmal. Hier die Werkbank und dann hier unter Waffen. Waffen. Hier, den Bogen. Ich will den Bogen bauen. Ich weiß doch nicht, was ich für Material dafür brauche, um den Bogen zu bauen. Aber da müssen wir halt mal gucken. Was braucht man denn, um das abzulegen? Hier siehst du, Metal Scraps. Zehn Bretter, kein Ding. Die Zahnräder sind jetzt wichtig. Da brauchen wir acht von dem Low-Metall. Und dann nochmal sechs separat von den Metal Screws. Oder wie die Dinger heißen. Die haben wir jetzt natürlich alle eingeschmolzen. Da müssen wir halt gucken. Das ist halt... Das brauchen wir. So, okay, weißt du was? Damit wir heute noch in der Folge loskommen. Also ich... Nee, schaffen wir nicht. Wir sind ja jetzt schon wieder bei... Ach, Mann. Die Zeit vergeht einfach so schnell, Leute. Es tut mir so leid. Aber immerhin haben wir die Schmiede aufgebaut. Muss man ganz ehrlich sagen. Die Schmiede steht. Das ist schon mal das Erste. Steht zwar jetzt doch nicht so, wie ich sie gerne hätte, aber... Passt schon. Passt schon. Dann ziehen wir uns ja hier noch eine Wall drumherum. Schön. Aber das dauert. Wir brauchen halt Ressourcen und Ende. So, wir haben es jetzt 18. Dann können wir 12 Stunden schlafen. Machen wir uns jetzt wieder hell für den nächsten Tag. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann morgen wieder in der Folge. Also findet ihr kurz zu schauen. Und bis dahin.